Ja, Nachlese zur letzten Talkshow, wo ja auch eben überwiegend Personen der FRAG-Partei dabei waren, der Freie Argumente Kulturpartei. Ja, Herr Eckenberger und Herr Wagner und Frau Gela, also schönen Gruß. Ich habe vielleicht den Kommunenaufbau, den matriarchalen oder urmatriarchalen Kommunenaufbau etwas zu sehr Richtung Homogenität geschildert. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Das ist ja faktisch so, dass die Homogenität ausschließlich auf Seiten der Männer dabei sein muss. Auf Seiten der Frauen gilt ja, dass egal wen die Frauen lieben können, wenn also eine Frau schwarzafrikanische Herkunft hat, andere eher hellhäutig ist und so weiter, aber wenn sie in Liebe miteinander sind, dann kann das natürlich wunderbar als Kommune funktionieren. Das Einzige, was problematisch sein könnte nach evolutionsbiologischen Überlegungen ist also, und liebe Zuhörer, falls Sie zufällig reinzappen, es geht ja um glücklicheres Leben. Also sagen wir mal so, wie kann man Politik machen, wenn man nicht versteht, dass wir früher viel glücklicher gelebt haben als in diesem bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus, in dem wir alle vor uns hin leiden und ihn gerade so ertragen mit möglichst viel Alkohol und möglichst viel Zigaretten und möglichst viel Drogen. Viele Menschen ertragen ja, viele Menschen ertragen ja diesen Raubtierkapitalismus gar nicht, außer mit Selbstmorden oder mit Alkohol oder mit Drogen oder mit sonst etwas. Und die anderen leiden still vor sich hin und denken, das sei halt das Leben, aber es ist nicht das Leben, sondern das ist das Leiden im patriarchalen Raubtierkapitalismus, den wir schleunigst, aber sanft und behutsam und ganz friedlich beenden müssen. Und dafür stehen ja unsere Reformen, ja, und sozusagen, deswegen müssen wir verstehen, wie wir früher glücklicher gelebt haben, wie andere Arten wie die Bonobos so heute noch glücklicher leben als wir. Und wie wir morgen vielleicht einige von uns wieder glücklich leben können, die dazu fähig sind, nämlich das zu wollen und die fähig sind, sich von den vorteilbringenden Irrtümern frei zu machen, die der Kapitalismus, denn der Kapitalismus richtet uns ja auf seine Lebensform zu. Und seine Lebensform ist ja, die ideale Lebensform für den Kapitalismus ist ja, wenn wir gar kein Liebesleben haben, nach Möglichkeit fast nie Sex haben, vielleicht zur Zeugung von ein, zwei Neukunden und Neumitarbeitern und Neukriegssklaven und Arbeitssklaven und Konsumsklaven, aber ansonsten so wenig wie möglich Sex haben im Leben und stattdessen möglichst viel Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten kaufen und Medikamente. Das ist ja letztendlich das Endziel des Kapitalismus ist der einsame, unglückliche, konsumsüchtige, kaufsüchtige Single, der möglichst viel kauft und der Kompromiss, damit es ab und zu noch ein paar Neukunden gibt, ist eben die Monogamie, wo das Liebesleben gefängnisartig, käfigartig auf ganz enge Situationen eingeschränkt wird. Und in den Talkshows hatten wir ja dann eben auch darüber gesprochen, was können wir aus den Betrachtungen berichten über die Vergangenheit und über die heutigen Bonobos und lernen dafür, wie vielleicht eine viel glücklichere Zukunft aussehen könnte, wenn wir erst einmal diese, ja, vorteilbringende Irrtümer-Schleuder oder diese Schleuder, also der Kapitalismus ist eine Drecksschleuder im Sinne von, dass er unser Gehirn verdreckt durch vorteilbringende Irrtümer, durch parasitäre Meme, durch Killerviren des Geistes, unsere Gehirne verschmutzt als Drecksschleuder sozusagen, ja. Und das ist eben jetzt hier unten rechts an dem rundlichen Ding immer jede Sendung generell, nicht nur unsere mit mindestens 1,5-facher Geschwindigkeit schauen, ja. Also, von daher, ja, ist das auch natürlich heute wieder ein offener Brief an all die Personen hier, Bakhti, Schiffmann und so weiter, alle die Personen, weil die Frage glücklichen Lebens ist doch das, was die Menschen am meisten an der Politik interessieren sollte. Was nützen gute Reformen, wenn sie dabei unglücklich bleiben würden, ne? Also, insofern ist das Thema sehr wichtig, ja. Also, noch einmal zurück, liebe Talkshow-Teilnehmer der letzten Talkshow, angesichts der Tatsache, dass ja morgen schon wieder die nächste Talkshow ist, will ich das schon mal jetzt erledigen. Also, also die unterschiedliche, also Fehlen von Homogenität auf Seiten der Frauen ist überhaupt kein Problem. Hauptsache, dunkelhäutige, hellhäutige, gelbfarbene, rotfarbene, was auch immer es geben möge, können sich lieben. Denn wenn die Frauen sich lieben in der Kommune, dann töten sie normalerweise auch nicht wechselseitig die Kinder, ja. Und die Gefahr sind die Männer. Die Männer und ihre Kindstötungstendenz, ihre Infantizid-Tendenzen. Denn wir sind ja nichts anderes als ganz normale Säugetiere mit ganz normalen Infantizid-Tendenzen, wenn nicht eben die Lebensweise stimmt, ja. Und zwar, dass, wenn die Männer zum Beispiel könnten in solch einer Kommune hier in Deutschland, ja zum Beispiel, einfach alle Männer schwarzafrikanischen Hintergrund haben. Dann ist nämlich jedes Kind, das in der Kommune geboren wird, wegen der großen Homogenität unter den Männern, nicht von den Männern erkennbar als ihr eigenes Kind oder ein fremdes Kind, gegen dem sie dann über wieder Quältendenzen und Tötungstendenzen entwickeln können, ja. Also, ich muss nochmal daran erinnern, dass dieses ganze Bonobo-kommunistische, urmatriarchale, pazifistische Bonobo-Schenker-kommunistische Lebenssystem auch bei den Bonobos sich ja nur entwickelt hat, um endlich das große Thema der Säugetiere, nämlich Kindstötung, abzuschaffen, ja. Also, man kann es andersrum sagen. Zufällig ist bei den Bonobos und bei uns eine Mutation aufgetaucht, die uns, oder einige Mutationen sind aufgetaucht, die uns den Ausstieg aus dem Infantizid, aus der Kindstötung, die bei Löwen und Bären ja noch munter weiterläuft und so weiter und noch existiert. Aber bei uns gibt es eben Gene, die uns diesen Ausstieg ermöglicht haben daraus, nämlich wenn niemand weiß, wenn kein Mann weiß, wer der Vater welches Kindes ist, sind alle Männer gezwungen, alle Kinder liebevoll, väterlich zu betreuen und sich ihnen gegenüber zu verhalten, schenkend zu verhalten, sozusagen. Und dieser Ausweg ist eben ein genialer Ausweg, der zufällig über Mutationen, Zufallsmutationen in der Evolution gefunden wurde und sich dann natürlich auch bewährt hat und durchgesetzt hat, weil ja die Verluste an Kindern durch Kindstötung dadurch weggefallen waren. Und deswegen ist es auch wichtig, darüber nachzudenken, denn ohne dass man guckt, welche Regeln waren denn die Voraussetzungen für das Funktionieren der Infantizidverhinderung. Wir haben sie auch früher mal genannt, das Infantizidverhinderungs-Großgruppenpaarungssystem. Ja, nochmal, diese Gruppenehe haben wir ja, oder diese Kommunen, diese Gruppenehen haben wir ja auch früher genannt, Infantizidverhinderungs-Großgruppenpaarungssysteme. Ja, und wie, wann funktionieren diese Paarungssysteme, wenn die Männer nicht feststellen können, wer der Vater welches Kindes ist. Und dazu wäre es dann sinnvoll, dass also in einer Kommune alle schwarzafrikanische Herkunft haben und dadurch optisch quasi die Kinder nicht voneinander trennen können und unterscheiden können und dann in einer anderen Kommune vielleicht alle Männer chinesische Herkunft sind oder in anderer dann wieder europäischer oder südamerikanischer Herkunft, aber immer möglichst die Männer, möglichst homogen. Bei Frauen entscheidet nur, ob sie sich wirklich lieben. Also wenn Frauen sich lieben, töten sie sich nicht wechselseitig die Kinder. Wenn Männer nicht feststellen können, ob sie der Vater eines Kindes sind, wäre ja das Risiko zu groß, wenn sie dieses Kind töten und es ist zufällig genau ihr einziges genetisches Kind, ihre einzige Aussackung ihrer selbst in die Zukunft hinein, würden sie sich ja selbst aussterben lassen in der Evolution der Zukunft, wo sie nicht mehr vorkommen würden und weil sie ausgestorben wären wie die Dinosaurier. Ich hoffe, Herr Eckenberger, dieser Punkt ist jetzt geklärt. Schluck Wasser? Ja, generell Tipp an die FRAG-Partei. Also wenn einige erkennen sollten, dass es eben gar nicht so leicht ist, glückliche Kommunen jetzt aufzubauen, solange die Köpfe alle noch voll sind von der Dreckschleuder des bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus mit seinen vorteilbringenden Irrtümern, parasitären Memen, Killerviren des Geistes, die er uns in die Gehirne hineinschleudert, Tag für Tag neu aufs Neue. Und wenn man erkennen sollte bei der FRAG-Partei, dass es eben gar nicht so leicht ist, da Glückskommunen jetzt schon hinzukriegen, ich habe es ja aufgegeben nach etlichen Versuchen und habe es für mich resümiert, es ist im Moment nicht möglich, aus meiner Sicht eine Glückskommune hinzubekommen, weil eben, gucken Sie sich an, auch Osho Bhagwan, Sri Raschnis, alle Raschnis, alle Kommune-Projekte, die von ihm inspiriert waren auch oder mit ihm zu tun hatten, sind ja auch alle kläglich gescheitert, weil der bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus im Kopf der Menschen immer wieder zerstörerisch wirkt und immer wieder sozusagen Gewalttendenzen, kriminelle Tendenzen, ja, also letztendlich Gemeinschaftsunfähigkeit erzeugt. Und denn Gemeinschaftsunfähigkeit ist die Geschäftsgrundlage des Kapitalismus. Die Leute konsumieren zu wenig, wenn sie alles in Gemeinschaften, wenn sie glücklich in Gemeinschaften leben und alles haben, was sie brauchen, ohne beim Kapitalismus einkaufen gehen zu müssen, ja, Schluckwasser. Die Evolution im Kapitalismus läuft also darauf hinaus, maximale Gemeinschaftsunfähigkeit mimetisch zu erzeugen, also durch vorteilbringende Irrtümer. Und deswegen halten wir es für sinnvoller, erst einmal den Kapitalismus zu beenden und dadurch die Unternehmen sozusagen in die richtige Richtung zu lenken, nämlich dass sie selbst die vorteilbringenden Irrtümer wieder abbauen, dass sie selbst zu Psychotherapeuten quasi werden, indem sie ihre ganze Unternehmenspolitik darauf hinausläuft, vorteilbringende Irrtümerabbautherapie, also VIAT zu praktizieren mit ihrem Handeln auf dem Markt, sozusagen, genauso wie sie mit ihrem Handeln auf dem Markt früher die vorteilbringenden Irrtümer ausgestreut haben und über in alle Köpfe hinein gepresst haben, auch über die Medien und so weiter. Genauso geht es jetzt darum, die durch wirtschaftliches Handeln und auch über die Großmedien und so weiter und über die Werbespots, solange es die noch gibt, wieder VIAT zu betreiben, nämlich die Menschen auch wieder aufzufordern zu glücklicherem Gemeinschaftsleben, damit die Kunden auch bessere Wohlfühlstimmen abgeben, bessere Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten aufweisen und die Firmen, die Konzerne, wieder größere Verdienstzuschüsse bekommen, genauso wie die Marktleiter und die Ärzte, sodass wir jedes Unternehmen als Teil des Gesundheits- und Glückswesens in Zukunft verstehen. Also quasi das Butan-Verständnis, dass es darum geht, den Glücksindex, den Happiness-Index oder so, zu erhöhen sozusagen und genau die gleiche Idee, nur dass wir das viel besser umsetzen können als Butan das jemals umsetzen wird können, denn die haben den falschen Ansatz gewählt, zu ungenau, nicht genug auf die Wirtschaft bezogen und so weiter. Ja, und deswegen ist dann die Frage, also einerseits ist klar, natürlich die FRAG-Parteimitglieder und auch die Schenkerbewegung und so weiter setzen natürlich immer noch auf das Werben für die Teilnahme an Gemeinschaftsprojekten. Aber das ist klar, das hat man ja mit einem Satz abgehakt. Jeder ist herzlich eingeladen dazu, zu solchen Experimenten teilzunehmen und ich wünsche mir auch, dass so ein Experiment endlich mal richtig gelingen möge und tausende an Leuten anziehen könnte. Ja, das wäre wirklich toll, dass dann eine neue Subkultur entsteht, in der vielleicht die vorteilbringenden Irrtümer dann durch die Größe der Subkultur aussterben. Ja, aber solange es noch nicht so ist, dann bitte auch in den Talkshows immer darauf eingehen, welche Reformen befürworten Sie, damit es dann eben die Menschen auch schnellstmöglich fähig werden, wieder an solchen Glücksgemeinschafts- Lebensprojekten Lust zu haben, teilzunehmen sozusagen. Ja, also welche Reformen und was würden Sie also auch in die Volksentscheid-Wahlprogramme vorschlagen, reinzuschreiben, um eben diese Transformation zu erreichen, so dass der Kapitalismus ihren Gemeinschaftsprojekten nicht mehr geistig im Wege steht sozusagen. Und dann noch mal ganz klar sagen, auch Herr Wagner, an dem FRAG-Bewusstsein, also an dem freie Argumente-Kultur-Bewusstsein, also an dem Bewusstsein, wie unendlich wichtig freie Argumente-Kultur für jede basisdemokratische Partei ist oder die sie gar nicht basisdemokratisch ist. Wenn es in einer Partei nicht alle Experten gehört werden und deren freie Argumente nicht überall frei gehört werden, dann ist es keine Basisdemokratie, sondern ein die anderen Seiten nicht hören Partei und damit ist sie grundsätzlich keine Basisdemokratie. Sie kann danach so tun, als wäre sie basisdemokratisch, so viel sie will. Es ist keine Basisdemokratie, weil der Debattenraum von vornherein auf Einseitiges verengt wurde oder auf wenige Seiten verengt wurde und all die anderen Seiten nicht gehört wurden. Also man praktiziert ja dann quasi das Gleiche, nämlich wie die Regierung. Man hört nur Drosten, Wieler und Lauterbach und ignoriert Bakhti, Wodak und Schiffmann in der öffentlichen Diskussion. Und damit macht man als Partei, wenn man nicht alle Experten hört, macht man das Gleiche und dann kann man so viel tun, als sei man basisdemokratisch. Man ist es nicht, weil man ja schon von vornherein die Wahlalternativen, die Vorschläge als Wahlalternativen schon auf einige, einen oder einige wenige beschränkt hat. Bei den Neuparteien ist ja die große Gefahr, dass man als einzigen Experten die hoch fragwürdige Anthroposophie des Rudolf Steiner zurate zieht und das ist ganz sicher zu wenig, um wirkliche Basisdemokratie zu betreiben. Ja? Schluck Wasser. Man muss doch die Experten hören, die Rudolf Steiner und die Anthroposophie für einen riesigen, gewaltigen Irrweg und Irrtum halten. Ja? Die muss man doch hören. Ja? Also nochmal, Herr Wagner und Herr Eckenberger und Frau Gehler, an dem Frackbewusstsein sind auch Gene beteiligt. Ja? Es ist kein Zufall, dass Sie, Herr Wagner, und auch Ihr Sohn eine Offenheit für freie Argumente Kultur haben. Ja? Denn gucken wir uns die Schimpansen an. Ja? Die Schimpansen bleiben im Zweifelsfall in der Gewalt. Ja? Also die haben kein freier Argumente Kulturbewusstsein. Die sind genetisch so, wie sie sind und das sind Gewalttiere, Schimpansen. Ja? Und mit denen können sie mit freien Argumenten kommen, die sind genetisch einfach so. Und Bonobos hingegen können zum Beispiel genetisch das Thema mehr Liebe und mehr Kooperation. Aber das können sie auch nur durch die Gene. Ja? Und auch die, aber sie sind auch wieder nicht in der Lage, genetisch für das Erreichen eines des von Lorenz Kohlberg beschriebenen postkonventionellen Levels und der Frack, also der freien Argumente Kultur, weil es dafür auch wieder die richtigen Gene als Basis braucht, die bei den Bonobos da sind. Und die Gene der Bonobos befähigen sie zwar zum glücklichen, urmatriarchalen, pazifistischen Bonoboschenker-Kommunismus, aber eben nicht zur Erfindung des Tauschhandels. Dadurch haben sie das Glück, dass sie dann auch eben nicht in die Falle des bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus getappt sind sozusagen. Aber auf der anderen Seite haben sie das Risiko, dass sie auf der Speisekarte der Menschen landen. Denn die Menschen essen ja in Afrika Affen auch als Buschfleisch. Und es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bis der letzte Bonobo durch Menschen entweder irgendwie getötet worden ist oder verzehrt worden ist und verschweißt worden ist. Also von daher, es hat alles so seine Vor- und Nachteile in der Evolution. Und die Frage ist bei uns Menschen auch wieder, Ist denn die Masse der Menschen überhaupt genetisch fähig zur Erreichung des Post-Conventional-Levels von Lorenz Kohlberg und der freien Argumentekultur der Schenkerbewegung oder fehlen da die genetischen Voraussetzungen dafür? Das zu erreichen, nachdem man einmal im patriarchalen Kapitalismus durchmanipuliert wurde? Denn dass wir dieselben genetischen Fähigkeiten wie die Bonobos haben, den urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus zu leben, das ist zu vermuten, dass wir das vor 400.000 Jahren konnten und unsere Gene längst weit genug dafür waren. Denn wir hatten dafür ja 3,6 Millionen Jahre Evolutionszeit. um genau diese Lebensweise evoluieren zu können, die ja begonnen hatte mit dem Verschwinden unserer Gorilla-artigen und damit Harems-artigen Eckzähne. Und später dann kam ja noch der Rückgang des Geschlechter, der ja auch typisch ist für die Gorillas, also die Zweigestaltigkeit der Geschlechter, also dass die Gorilla-Männer für den Rivalenkampf doppelt so schwer sind wie die Frauen. Ja, wobei die Eckzähne der wichtigere Hinweis sind, weil es damals noch keine Technik und damit auch keine Waffentechnik gab. Ja, also, wir sind genetisch sicherlich fähig zu diesem glücklichen Kommunenleben, zum Glückskommunismus, aber der patriarchale Kapitalismus, Raubtierkapitalismus, hat uns ja durchmanipuliert und das kann sein, dass unsere Gene da nicht stark genug sind, um, nachdem wir so durchmanipuliert sind, dass wir dann dadurch nicht weder fähig sind, zum Erreichen des Post-Conventional Levels, die Masse der Menschen, noch zur Frage, also freien Argumentekultur, weil dafür die urmatriarchalen Gene nicht stark genug sind, eventuell, wenn einmal der Kapitalismus als Manipulator gewirkt hat. Deswegen halte ich es auch durchaus für möglich, dass wir alle gar keine Chance haben, weswegen ich mich ja gegen Kinder entschieden habe, bisher vorläufig, weil, Schluck Wasser, wenn ich es als Lebewesen, das zur Frack und zur Demokratie pur und zur urmatriarchalen Bonobo-Schenker-Kommune fähig ist, es nicht schaffe, im bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus glücklich werden zu können, wie kann ich dann solch ein Leben auch Kindern zumuten, die ja höchstwahrscheinlich auch von meinem Gedankengut infiziert würden und dann eben genauso oder vielleicht aufgrund ihrer Gene genauso in den Bereich der Spitzenwissenschaft kommen würden, dass sie auch wieder in einem Weltrat aufgenommen würden und dann auch wieder genauso einen genauso unglücklichen Lebensverlauf nehmen würden, denn es ist sozusagen in der Einsamkeit der Klügsten ist es nicht glücklich. Also wahrscheinlich ist die durchschnittlich wenig kluge Masse allein deswegen glücklicher, weil sie viele sind und weil es dort nicht so einsam zugeht. Und ja, von daher ist es sozusagen an der Spitze, ist die Luft sehr dünn, in der Mitte ist die Luft sehr dick. Ja, und von daher ja, also Bonobos hatten den Segen, sie haben den Tauschhandel und damit den Keim des bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus nicht gelegt, aber auf der anderen Seite werden wir Menschen sie töten. Also so hat alles seine zwei Seiten. Ja, also vielleicht ist alles, was wir besprechen, sinnlos, weil die Menschheit genetisch das nicht schafft. Jedes Mal, wenn in der, in diesem, weil nicht die Menschheit, weil dieses Universum es nicht schafft. Jedes Mal, wenn in diesem Universum Gehirne eine gewisse Größe erreichen, sind sie einerseits fähig zum Infantizid, Verhinderungs-Großgruppen, Paarungssystem oder der Gruppen, entsprechenden Gruppenehe und dem urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus oder dem Vollmatriarchalen, egal wie Sie es nennen, und der, aber sie kommen aufgrund ihrer Gehirngröße immer automatisch in die Falle des bösartigen, patriarchalen Raubtierkapitalismus hinein und daraus heraus resultiert dann wieder eine Störung der Gehirnvergrößerungsevolution und es kommt zu einer Degeneration und einer Verkleinerung der Gehirne und diese kleineren Gehirne finden dann wieder nicht den Ausstieg aus dem patriarchalen Raubtierkapitalismus, können also quasi einen Weltrat, eine Next Scientist for Future nicht verstehen, weil sie genetisch nicht intelligent genug sind dafür und zunehmend kleinere Gehirne immer noch weniger intelligent sind und dann kommt es immer zu einer unendlichen Leidenschleife, dass sozusagen es immer so weitergeht und das Leiden immer so weitergeht und dann die Kriege wieder häufiger werden, die Gewalt wieder häufiger werden, das Leiden wieder häufiger wird und dann sozusagen ein Schrecken ohne Ende weiterläuft und der bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus unendlich uns alle leiden lässt, bis vielleicht so viel Zeit vergangen ist, das ist ja noch eine andere Möglichkeit, dass wir uns irgendwie genetisch, aber wie sollen wir uns genetisch an den Kapitalismus anpassen, wenn er jedes Jahr noch ungesündere, also noch weniger zum jetzigen Stoffwechsel passende Nahrungsmittel kreiert und erfindet und konstruiert, das ist ja dann so, dass auch wenn wir uns genetisch an die jetzt für uns krankmachende Ernährung genetisch angepasst hätten, dass dann ja schon wieder neue Kunstnahrung produziert worden wäre, an die wir dann wieder nicht genetisch angepasst sind und dann ist also, ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie wir uns jemals an den Kapitalismus anpassen können, wenn er quasi jedes Jahr wieder eine Distanz herstellt zwischen, denn auch um uns unglücklich und damit kaufsüchtig zu machen, muss er ja immer wieder neu und aufs Neue eine Distanz zwischen unserem Genbestand und ihm selber herstellen, denn er muss ja einen Weg finden, uns das Glück zu rauben und von daher kann ich mir nicht vorstellen, wir kommen dann aus dieser Unglücksspirale nie raus, weil der Kapitalismus wird immer wieder Wege finden, auch einen veränderten Genbestand von uns selber, der vielleicht gar nicht mehr viel Sex braucht, sondern quasi überhaupt keinen Sex mehr braucht, um Glückszustände zu erreichen, dass wir der Genbestand, dass der Kapitalismus ja dann wieder einen Weg finden muss, die neuen genetisch bedingten Glücksquellen wieder zu tabuisieren, zu unterdrücken, damit wir dann wieder genügend Produkte kaufen. Also ich würde sagen, möglicherweise gilt der Satz, in diesem Universum ist Glück jetzt unmöglich für alle weitere Zukunft dieses Universums, wir brauchen ein anderes Universum. Ist denkbar. Die Zeit wird zeigen, also es wird zeigen, ob Menschen zum Beispiel von der Basispartei intelligent genug sind, hier die Next Scientist for Future, den Weltrat und so weiter, zu verstehen oder nicht. Und das ist der Punkt. In zehn Jahren, 20 Jahren ist die durchschnittliche Intelligenz in der Welt schon wieder gesunken, weil die Gehirne wieder kleiner geworden sind, aus toxischen Gründen und aus genetischen Evolutionsgründen, weil immer mehr Frauen und Männer mit kleinen Gehirnen viele Kinder bekommen und die mit den großen Gehirnen typischerweise weniger Kinder bekommen, also wird die Evolution weiterhin in die Richtung laufen, Verdummung der Menschheit und da sehe ich keinen Ausweg, da sehe ich keine Möglichkeit Weltrat und Next Scientists for Future zu verstehen, denn das ist natürlich geistig das anspruchsvollste, was es gibt. Man braucht dafür eigentlich über 50 Jahre Wissenschaftserfahrung, um auf diesem Denklevel überhaupt kommen zu können. Ja, tschüssi, bis bald, das war es jetzt mit diesem Brief, offenen Brief an die Talkshow-Teilnehmer und morgen ja schon wieder die nächste Talkshow. Alle sind herzlich dazu eingeladen, aber die meisten Menschen fehlt offensichtlich die Intelligenz daran teilnehmen zu wollen, wollen zu können. Also Schluck tschüssi, bis bald.